Jetzt kommt wieder so ein Lieblingsteil für mir, das ist ein mega oversized Pullover, auch Merino Wolle. Das Muster allein ist schon so brutal, ist richtig schön. Also ich würde jetzt hier ein Gürtel draufziehen, richtig gut. Arme echt überschnitten, aber vorne ist wirklich Elastan mit drin, dass du dich schön hochschocken kannst und dass sie auch wirklich oben bleiben. Und eine schöne ausgeschnittene U-Boot-Form, dass sie auch ein bisschen auf eine Schulter runterhängt. Den haben wir auch in drei Farben, des leichten Türkiston, in diesem Rotton, das ist echt brutal. Die leuchten richtig, die Farben. Ich hoffe, das kommt auch so drüber und auch wieder. Guck mal, das ist mega, mega softes, leichtes Material, damit du zu schlafen. In schwarz. Die müssen jetzt, glaube ich, in den nächsten zehn Tagen bei uns reinkommen. Aber wer nicht den Pullover anmöchtet, kann sich auch eine lässige Oversize-Jacke nehmen.